Pferd! Das ist immer ganz gut, wenn man Pfeilhagel dabei hat. Pferd! 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 Messererweiterung wird gekauft. Die schwere Schwertscheide wird gekauft. Kleider bleibt so. Wenn du das so bezeichnen willst, dann kannst du das gerne so bezeichnen. Pferd! 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 Das ist jetzt gar nichts. Kommen wir noch ein paar Gemälde. Das kostet auch 22.800, Alter. Das graue ich mir nicht. Ja, du arbeitest eindeutig zu viel. Das sieht man hier sogar an. So, Waffen brauchen wir nicht. 15 Wurfmesser haben wir jetzt. Ciao, Signore. Und empfiehlt uns bitte weiter. Kann ich vielleicht nochmal mit dir sprechen, du Spasti. Danke. Vielleicht nicht. Vielleicht, vielleicht. Wenn wir auch wieder Geld bekommen. Hier war ich ja schon. Ich muss auf die andere Seite. Natürlich bin ich ein Gaukler. So, warum? Weil ich nichts anderes machen muss und kann. Und die Medizin ist jetzt kräftig aufgefüllt auf 15. Was war das denn? Ähm, so. Dann werde ich mir ein bisschen renovieren. Hm? Bring the god last week to live! Ja, Miko. Nur ein noch kann man im Geschäft vorbei. Ah! Andiamo! Vai, vai! So, gehen jetzt noch ein bisschen renovieren. Wir haben ja genügend Geld, um zu renovieren. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. So, das Fraktionsgebäude. So, das ist kein Problem. So, das ist kein Problem. Sorry, mein Junge. Bleib ruhig da. So, hier kann man ja noch ein bisschen renovieren. So, ich habe die Befürchtung, dass es so sein wird. So. Und ich glaube noch den Arzt und den Stall, genau. Den Arzt und den Stall. Ich habe gestern monstöse Breitschwerke hergestellt. So, mein Freund. So, wir werden das... Genau. Ihr wandert im finsteren Tal, wenn ihr nicht kommt und euch regelmäßig... Drei von neun Ställe ist ja nix. Das ist ja wirklich nix. Jetzt gehe ich noch hier hin. Guck da, was mit meinen Leuten los ist. Ouh! Ouh! So! Ahem! Der ist schon Level 6. Juhu. Junge, Junge, sind alle wieder da. Jetzt kann ich wieder 3 auf Mission schicken. Aufträge. Nee, nee. So, die sind auf Reise. So, die sind auf. So, wir machen jetzt mal die Mission. Guck gerade, ob ich noch aufnehme. Richtig gut. Jo. Bisher läuft alles wie geschmiert. Sehr schön. Dann machen wir die Mission hier. Was ist hier los? Kortisan, was ist hier los? Serientäter. Malfato ermordet junge Frauen im Tiberbezirk. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Alles klar. Oh Mina, du solltest doch nicht mehr herkommen. Alles klar, junge Mädels. Heilung, tränke, gif. Ja. Justin. Alle. 05. Wissens. 50 steht. Sehr schön. 100% Serientäter, alles klar. 18. 30... 30. 30. 31. 30. 41. 31. Untertitelung des ZDF, 2020